guten morgen es geht heiß her nicht nur im wetter hier in deutschland sondern auch im chart von euro us dollar dann schauen wir auch weiter heute auf den australischen aktienindex und wir blicken mal in austral dollar nein in us dollar schweizer franken da gibt es auch interessante stellen wo wir unbedingt hinschauen müssen weil es könnte bewegung reinkommen bevor wir hier allerdings ins webinar hineingehen wie immer der wichtige risiko hinweis den bitte ich auch in gänze zur kenntnis zu nehmen sie wissen es der handel mit devisen und cfd ist auf margen der kann zu verlusten führen und damit gleich noch eine bitte wie jeden morgen auch wer fragen hat gerne rein in die chats wir haben es hier auf facebook oder go to webinar es ist ganz leicht dann können wir darauf schauen und gerne beantworte ich fragen oder auch den ein oder anderen wunschmarkt elner ich grüße dich einen schönen guten morgen übrigens wenn sie hier die videos auch anschauen geben sie uns bitte gerne auch ein like damit wir wissen dass die videos hier auch gefallen das gibt uns ein bisschen ein gefühl dafür dass das ganze auch gut ankommt danke an dieser stelle dafür schon einmal das tut ja auch nicht weh schauen wir nun auf die nächsten nachrichten die heute im laufe des tages kommen bzw eine nachricht ist ja auch schon gekommen hans meyer guten morgen wir hatten heute nacht hier aus china einen einkaufs manager index und der ist etwas unter den erwartungen ausgefallen er war erwartet worden mit einem leichten rückgang von 54,5 wir sehen es hier auf 54,3 tatsächlich waren es 52,7 das war schon ein ganz schön deutlicher rückgang und mit blick auch auf gestern da gab es ja auch einige einkaufs manager indizes aus großbritannien es gab die verbraucherpreise hier bei uns in deutschland ja alles samt zahlen die unter den erwartungen gelegen haben wir werden sehen was daraus wird auf alle fälle es bleibt momentan eine angespannte situation nicht zuletzt auch wegen der sache mit dem handelskrieg zwischen china und den usa ich denke der konjunktur bericht aus den usa das biesburg wird da auch etwas mehr ins detail gehen wir sehen es hier unten das erwartet uns heute um 20 uhr freitag machen wir wie immer die auswertung zum aktuellen bericht aber vorher kommt der ganz normale handelstag das heißt an dieser stelle der blick in weitere nachrichten zuerst mit den höchsten relevanzen selbstverständlich wir starten um 10 uhr 30 in großbritannien mit dem einkaufs manager index für die dienstleistung um 14 uhr 15 aus den usa dann der atp beschäftigungs hinweis das heißt wir bekommen uns hier genannt die änderungen bei den beschäftigungen um 16 uhr auch aus den usa gibt es dann den ism einkaufs manager index und am nachmittag um 16 uhr 30 dann die rohöl lager bestand der api daten gestern waren mehr als erwartet das heißt da kam es zu einem zuwachs das also die wichtigsten nachrichten es gibt heute wieder ein paar reden von notenbank sag ich mal mitgliedern aus großbritannien und auch aus den usa morgen ist ja hier bei uns in europa ezb tag da sprechen wir dann allerdings auch morgen darüber da habe ich auch gesagt um diesen event herum machen wir hier noch eine live session hier um 14 uhr sie sehen es auch eingeblendet dass wir das ganze mit machen gerne auch einschalten dass also die wichtigsten nachrichten es gibt heute im laufe des tages um diese wichtigen events noch ein paar weitere kleinere dinge die zeiten sind hier nahezu identisch also das kommt zur gleichen zeit deswegen hier nicht die detailbesprechungen dafür sondern wir gehen gleich rein in die charts und wir starten mit mehrungs paar wir haben es hier offen us dollar schweizer franken wer den blog schon gelesen hat der weiß ich habe hier zwei dinge im blick nummer eins das ist der laufende abwärtstrend dieser hier nach unten laufen nummer zwei hier in der woche der aufwärtstrend so da haben wir jetzt also sozusagen das große bild der woche was haben wir hier einen momentan bestehenden aufwärtstrend der korrigiert wird und diese korrektur diesen korrekturarm sehen wir durch den trendverlauf des tages deswegen habe ich hier beides im bild aus welchem grund habe ich beides im bild ganz einfach um potenziale zu erkennen mit dem blick aufs große manchmal hilft es halt auf den hügel rauf zu steigen und das ganze große bild zu überblicken und das machen wir hier im us dollar schweizer franken mit dem blick in den wochenchart das heißt nach unten hin haben wir noch einiges am potenzial liegen die korrektur kann sich deutlich auf ausweiten ohne diesen großen trend der woche hier zu beschädigen das heißt wir haben das tiefste low hier bei 0 97 1 6 0 das ist das aktuelle gültige korrektur tief hier im us dollar schweizer franken wochenchart das mal zum potenzial nach unten hin und jetzt kommen wir hier im chart in den tag hinein und da haben wir es echt spannend warum schauen sie mal hier in den chart rein support 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 was macht der mark hier an der 0 99 0 5 bricht dadurch haben wir alle chancen der welt offen runter in die nächste unterstützung der dieser dieser dieses charts zu laufen hier ein kleiner haken wurde hier nach unten geschlagen um die 0 98 da ist eine menge luft die wir erstmal angehen können mit blick nach oben dreht es doch rum das heißt wenn dieser support hier hält was er bei den letzten malen auch besprochen hat dann könnte es hier durchaus zu mehr dynamik auf die oberseite hin kommen dazu müssen wir aber in die korrektur reinlaufen eine korrektur die kann durchaus kommen warum schaut es mal wir haben hier eine tief gelaufene bewegung hier weit rein gelaufen durch diesen starken schub eine korrektur nach oben wäre hier nichts ungewöhnliches aber wir sehen halt momentan keinerlei stärke immer gestern war ein versuch da wir sind hier hochgelaufen das tageshoch haben wir gestern gehabt bei 0 99 5 6 0 es wurde komplett abverkauft interessant allerdings was wir auf der unterseite gesehen haben wir sind direkt am tagestief am vortagestief wieder in die stärke reingegangen also es gab gestern wir sehen es an dieser kerze eine klassische doji kerze entschieden hat sich der markt hier dort zu eröffnen wo er dort zu schließen wo er eröffnet hat wie geht es jetzt weiter wir stehen am tagestief und da kommt jetzt darauf an was sie machen möchten wenn sie ganz kurzfristig handel ganz kurzfristige handelsszenarien schreden möchten dann ist es natürlich interessant kommt hier schwäche rein bricht es runter was passiert dann dann könnte durchaus dynamik reinkommen kommt hier aber stärker rein dann haben wir eine chance zumindest mal kurzfristig wieder hier in richtung dieser unentschlossenheit oben rein zu laufen und dann möglicherweise die korrektur auszubauen also es kommt hier wirklich ganz genau drauf an welchen handelsansatz sie verfolgen die dynamik nach unten ist durchaus noch vorhanden aber wir könnten aus dem support bereich genauso gut nach oben drehen da müssen wir einfach abwarten was der markt hier spielt und das gucken wir uns jetzt mal kurz in den kleineren zeiteinheiten an was sehen wir hier der erste blick in die stunde das summe ich mal kurz ein klein wenig zusammen hier sehen wir schön den abwärtstrend verlauf und hier die bewegung in der stunde und wir sehen es hat in der stunde der trend der bewegungstrend der stunde der ist noch nicht gebrochen der tingelt seitwärts hin und her das heißt aktuell haben wir hier eine seitwärts laufende phase und fertig mehr ist da nicht da also hier die entscheidung ist noch nicht getroffen es könnte ganz gut eine entscheidung sein dass der markt hier über die seite korrigiert das wäre dann ein bärisches ein bärischer seitwärts laufender kanal sozusagen das wäre ein zeichen bruch nach unten gibt uns die bestätigung der markt will einfach tiefer in richtung der tieferen supports dreht er allerdings rum das heißt nimmt es sich hier unten die kraft sammelt kraft und läuft nach oben das könnte dann durchaus kurzfristig dazu führen dass der markt hier die korrektur noch mal angehen möchte wie schon gesagt kurzfristig haben wir da das tageshoch von gestern liegen ist auch ein interessanter ausbruchsbereich hier im stundentrend vom vortag dass du mich mal kurz etwas größer hier hat sich ja dieser trend fortgesetzt da gab es die korrektur dann die fortsetzung da sind wir gestern direkt dran rumgedreht das bleibt also sehr interessant und wie schon gesagt hier unten leichte hauchdünne bodenbildung wenn der markt hier hochkommt dann haben wir die chance nach oben und das sieht dann im fünf minuten chart entsprechend so aus dass wir hier dann die markt nach oben traden wie schon gesagt aktuell ist da noch überhaupt keine entwarnung der stundentrend läuft weiter nach unten gerichtet hier diese seitwärtsphase haben wir auch da es gibt hier unten nur getingel momentan von der seite her wirklich wichtig entscheidung abwarten wenn diese abbreche unten allerdings nachhaltig ist so what dann kann man das ganze auch sehr schön zum traden nutzen und damit gehen wir in den index rüber in den tagesschat vom australischen aktienmarkt der hat uns ja in diesem jahr schon viel 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 freude bereitet jetzt sind wir hier in der situation wo es gestern innerhalb einer doch recht ordentlichen korrektur das erste mal innerhalb dieser regressiven phase ein anzeichen gab dass der markt nach oben möchte hier das ist diese umkehr kerze die wir hier haben und deswegen weil diese umkehr kerze innerhalb der korrektur aufgekommen ist könnte hier durchaus die chance entstehen nach oben zu laufen aber und jetzt bitte ganz genau darauf achten wir haben wenn wir uns die ganzen großen weltweiten indizes mal anschauen rund um den globus momentan absolute abwärts dynamik das heißt es wird alles mögliche verkauft wir haben es ja besprochen bei den großen indizes im dax in den usa die indizes laufen allesamt nach unten was wir dort jetzt sehen sind quasi die ersten gegenbewegungen zu den starken abgaben und hier haben wir jetzt natürlich auch die latente gefahr dass der markt hier runter will was haben wir dann an risiko wir haben natürlich an risiko risiko in dem moment wenn man long gehen möchte dass sich hier auch in diesem chart eine schulterkopf schulter formation bildet und den markt dann deutlicher nach unten bringt das ist jetzt der punkt das kleine damokless schwert was hier über uns schwebt und da müssen wir einfach nur schauen was die stunde macht gestern gab es hier das umkehrsignal ersten ersten indiz sozusagen und in der stunde sehen wir was wir sehen müssen das heißt das umkehrsignal das hat sich gebildet als ich hier dieser aufwärtstrend nach oben hin geschoben hat das ist ein wichtiger markt jetzt ist aber eine sache immens ja sag ich mal wichtig zu beachten das was wir hier gesehen haben das war nicht mehr oder nicht weniger als aktuell erst einmal eine gegenbewegung so jetzt brauchen wir natürlich die stärke dass sich das ganze fortsetzt weil wir sehen es ja hier was haben wir übergeordnet auch in der stunde immer noch an schwung hier bewegung korrektur bewegung korrektur bewegung korrektur bewegung das heißt wir sind hier noch nicht raus wir müssen hier oben drüber dann haben wir eine chance nach oben zu laufen anlaufmarken wären dann hier dieser trendbruch bereich beziehungsweise dieser trendfortsetzungs bereich also hier in dem moment ist ja hier der trendbewegung korrektur gebildet worden dann liefer schön das ganze die ganze geschichte hier stark nach unten hier haben wir noch das gap mit drinnen liegen also das hier oben ist schon ein ganz ganz wichtiger bereich wie schon gesagt hier der bruchbereich der trendbruch bereich den wir hier auch haben das zeichne ich mal ganz kurz ein hier war ja im endeblick eine ganz ganz wichtige marke gewesen wo der markt erstmal noch gehalten hat und dann durchaus runter gefallen ist das kam hier hinten her hier hatten wir den trend seine korrektur und seine letzte bewegung und da ist das level einfach rausgenommen worden und seitdem wie schon gesagt trendet dieser markt hier ganz klar eindeutig nach unten und das was wir momentan sehen ist einfach noch die starke gegenbewegung hier in diesem bereich rein und das muss man einfach auf der uhr mit haben was der markt hier macht und das ganze auch immer wieder mit beachten also hier gab es noch den kleinen zwischenswing hier nach oben und dann kam der schub runter und das was wir hier aktuell sehen wie schon gesagt das ist ein aufwärtstrend in der stunde den kann man auch gut zum traden nutzen warum das was wir hier an dieser stelle sehen hier nach einem starken dynamischen aufschub haben wir hier einen trendkanal nach unten und wenn der verlassen wird dann haben wir eine chance nach oben ein stück weit zu laufen also auch hier die kurzfristig investierten oder orientierten anleger oder trader hier wenn das ganze bricht die stunde rumdreht haben wir eine chance ein stück weit nach oben zu laufen wir müssen es aber wissen das übergeordnete bild drückt momentan etwas runter das ist hier das risiko was wir haben solange wie wir nicht ganz klar über der 6400 punkte marke stehen also auch hier deutliche sachen die wir nach oben hin zum laufen haben können wir weiter einen neuen positiven tag bekommen könnten an den märkten aber auf der anderen seite natürlich auch hier die latente gefahr dass sich hier eine sks bildet die dann zu tieferen kursen führt nach unten hin müssen wir einfach schauen da haben wir hier die marken um die 6300 punkte liegen das ist das low was wir hier in dieser letzten bewegung hatten und dann hier aus der stunde die marken um die 6270 6245 und hier das aktuelle trend tief bei 6200 und das ist auch die mögliche nackenlinie die wir hier in diesem bereich haben wenn der markt weiter nach unten möchte und damit blicken wir als dritte handels idee für den heutigen tag mal wieder in euro us dollar das war gestern und vorgestern eine ganz schöne party also drei tage in folge letzte woche freitag montag und dienstag ist der markt doch massiv hier an dieser stelle angestiegen und wo hat er rumgedreht hier mal wieder im widerstand bereich oben um die 112 65 wir haben es gesehen der spike drüber gestern das hoch bei 112 772 und danach hat der markt direkt wieder abverkauft was wartet jetzt auf uns das ist die große frage warum wir haben ja morgen die ezb sitzung das wird sehr sehr spannend gerade die pressekonferenz das was herr draghi dort sagt das wird immer sehr sehr stark vom markt beachtung finden und deswegen ist es wichtig zu sehen was hier passiert das widerstandslevel ist da kommt zum abprall haben wir wieder die chance die unterseite zu traden heißt also hier tagestief von gestern wäre da der erste anlaufpunkt den haben wir liegen oder das haben wir liegen um die marke von 112 266 ich klemm da mal kurz noch ein preisschildchen dran also hier haben wir das tagestief von gestern hier ungefähr ganz grob da haben wir dieses etwas höher liegen dann haben wir hier kurz drunter den support bereich da ist hier dieses hoch rausgenommen worden um die 112 151 und dann kommt hier unten schon der nächste wert bei 11602 das ist eine weite weite spannen weil die volatilität oder die schwankungsbreite im euro momentan so hoch ist mit blick zur oberseite bieten sich allerdings auch weitere chancen hier schauen wir mal da haben wir ein hoch liegen bei 11304 und hier oben einen wichtigen widerstandsbereich um die 113 279 das zur oberseite wenn sich dieser trend hier fortsetzt und auch hier verrät uns wie so oft der stunden trend auch etwas mehr hier sehen wir wie schwäche ausschaut so sieht schwäche aus hier rein runter rein runter und wenn sich das bild fortsetzt dann haben wir halt wenn die schwäche nach unten läuft hier die chance dass sich die abwärtsdynamik fortsetzt laufen wir massiv drüber ist das dann halt der fortgang aber das erste achtungszeichen ist halt da woran sehe ich das ich zeige es mal ganz kurz wenn wir uns diesen aufwärtsverlauf hier anschauen dann haben wir ja hier den letzten schub nach oben also den vorletzten sozusagen ich skizziere mal ganz kurz den trendverlauf bitte nicht wundern das rot lasse ich jetzt hier einfach mal drinnen das ist der aktuelle trend gewesen also der letzte schub vom trend diese marke hier unten das war das trend tief das war der support was ist passiert hier sind wir drunter gelaufen unten drunter das heißt hier ist der markt schon mal in den bruch dieses letzten schubes reingekommen und jetzt kommt es halt das was uns der markt zeigen muss was er tut läuft er wieder oben drüber dann war dieser bruch nur ein fake ja und wir können durchaus davon ausgehen dass wir die kraft noch haben die oberen level anzusteuern bleibt der markt allerdings schwach dreht er irgendwo rum dann könnte das eine trendfortsetzung werden und dann haben wir die dynamik wieder nach unten da und das wäre dann die bestätigung eines umkehrsignal hier das ganze mit blick auf den euro us dollar wie schon gesagt auch in den kleineren zeiteinheiten sieht man das dann ganz gut wir haben ja schon das thema besprochen mit diesem abprall vom tageshoch beispielsweise das sieht man dann sehr schön wenn sich hier solche umkehr kerzen bilden das wäre dann das entry signal für einen kurzen quickie nach unten hin wenn das ganze unterschritten wird dann haben wir die chancen man weiß wo man sich absichern kann und die die chancen nach unten sind halt da und wie schon gesagt die kleineren zeiteinheiten die laden wirklich ein das ganze auch umzusetzen aber und da ist es halt wichtig je kleiner die zeiteinheit ist je geringer muss die gier sein das heißt wenn wir uns das ganze mal in den fünf minuten anschauen und das ganze hier entsprechend bestätigt wird dann sollte man sich seine ziele nicht den tageschatz suchen sondern wirklich das ist eine schnelle geschichte und da haben wir hier halt schöne level für gewinnmitnahmen hier schon um die 112 500 wieder liegen und das ist doch eine feine geschichte die wir hier gut und gerne zum traden mit nutzen können damit nochmal ein blick in die fragen da sehe ich momentan nichts an dieser stelle also ready for take off der markt geht gleich los wir haben noch knappe 10 minuten bis zur offiziellen markteröffnung hier in deutschland um 9 uhr 10 uhr kommt dann die londoner trader noch mit rein von der seite her steht jetzt gut und gerne alles vorbereitet vorbereitet vor uns allen gute trades danke für die zeit und bis morgen wieder um 8.30 live hier in der besprechung mit ein paar handelsideen vorher natürlich den blog gerne auch wirklich lesen die ideen darin können teilweise auch schon vorher umgesetzt werden also bis dahin 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 bis dah